Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es darum, warum jeder Mensch gebildet ist. Und das meine ich ernst, auch nicht ironisch und auch nicht mit Abstrichen, das meine ich vollkommen ernst. Und es geht in diesem Video darum, warum ich das meine und warum ich das so sage. Um das ein bisschen freihändig zu adeln, es schließt an an einem Bildungsverständnis, das ich glaube bei Hegel gefunden zu haben, und zwar in der Rechtsphilosophie. Rechtsphilosophie, also formal bin ich einer dieser komischen gebildeten Menschen, aber nur formal, ja, also wenn man eben diese Unterschiede macht, gebildete Menschen, nicht gebildete Menschen, dann würde ich immer in diese gebildete Menschen-Kategorie fallen, wenn man das machen würde, was ich aber nicht tue, aus guten Gründen nicht tue, und ich werde das gleich ausführlich begründen, weil ich eben solche komischen Dinge habe, wie, keine Ahnung, Abitur, einen Hochschulabschluss, auch noch mit einer ziemlich guten Note, ich habe das große Latinum, ich habe zu meinem Wahnsinn auch noch das Gräkung gemacht mit Ach und Krach, ich habe aber Latein und Altgriechisch immer gehasst. Also formal gesehen, und ich bin auf ein humanistisches Gymnasium gegangen, und zwar auf eins, auf das, glaube ich, schon Napoleon III. oder so geschickt wurde, also eins mit Tradition. Das war Zufall, ja, also ich habe das nicht gesucht, und ich hatte keine bildungsverrückten Eltern, und ich bin da reingestolpert in eine Welt, die mir völlig fremd war. Meine beiden Eltern haben beide keinen Studienabschluss, oder ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei meinem Vater ist, aber meine Mutter hat kein Abitur. Und so, na, also das ist so mein komischer Hintergrund, nur dass man weiß, wer hier redet, und wenn es nicht eh rauskommt, und das kommt es ja eh unter der Hand. Eigentlich ist diese Vorrede überflüssig. So, warum ist jeder Mensch gebildet? Wir können es leichter begreifen, wenn wir an den Begriff der Bildung den Begriff der Formung setzen. Und jetzt ist die Frage, wie formt sich der Mensch, beziehungsweise wie wird der Mensch geformt? Und das ist ganz simpel zu sagen, er formt sich in Kontakt mit den Dingen, und zwar mit bestimmten Dingen. Da wir als Menschen in einer differenzierten Großgesellschaft aber mit sehr unterschiedlichen Dingen in Kontakt sind, werden wir auf unterschiedliche Weise geformt, oder eben gebildet. Und das kommt noch durch in dem alten soziologischen Begriff, ich glaube, das ist Dürkheim, wenn ich es nicht falsch gemerkt habe, Formation professionelle, heute abgelöst durch die sehr viel bekanntere Deformation professionelle, die man freihändig manchmal ins Deutsche übersetzt mit Berufskrankheit. Das ist also diese berühmte, Ärzte sehen überall Krankheiten, Polizisten sehen überall Verbrecher, Lehrer sehen überall zu belehrende Menschen, Philosophen sehen überall Unterschiede, vermutlich auch da, wo überhaupt gar keine sind, und so weiter und so fort. Also es ist zu sagen, man ist halt geformt durch viel Tätigkeit in eine bestimmte Richtung und viel Kontakt mit bestimmten Dingen und kann das dann nur noch schwer stoppen. Das heißt, gebildete Menschen sind immer durch ihre Bildung auch ein Stück weit blöd, und zwar automatisch und völlig unvermeidlich. Das thematisiert Hegel übrigens auch sehr schön, dass die Not der Jugend angesichts der Erfordernis beruflicher Spezialisierung, und was Hegel dazu sagen hat, freihändig übersetzt, ja, weil man muss es mittlerweile übersetzen, weil es kaum mehr verständlich ist für die heutige Welt, was er zu verstehen gibt, das ist, dass das Empfinden in der Jugend sehr groß ist, dass man mit der Wahl des Berufs mehr Möglichkeiten verliert, als dass man gewinnt, und deswegen gibt es bei Hegel eine gewisse Empathie, aber dann wird er sehr dogmatisch am Ende, eine gewisse Empathie mit dieser Not, also dass Menschen keinen Beruf ergreifen wollen, weil sie merken, dass in dieser Formation, der Formation professionell, also in dieser Bildung, die sie durch den Beruf erleiden, indem sie sehr einseitig belastet werden, indem sie sehr einseitig nur mit bestimmten Verhältnissen, Tätigkeiten und Dingen und Menschen zu tun haben, halt eben sich geformt werden, und diese Formung auch ein Stück weit ein irreversibler Prozess ist. Das heißt, die Lebenszeit ist endlich, es gibt sowas wie sensible Prägefasen, und wenn du in einer bestimmten Phase ganz viel in einer bestimmten Richtung bespielt wirst, durch deine Umwelt, und auf die, an die du dich dann anfängst anzupassen, und dich anfängst zu formen, dann geht das auch nicht mehr nie wieder ganz weg. Ja, also das ist eben auch Teil der Bildung, dass sie teilweise ein nicht reversibler Prozess ist, wo man nicht einfach sich dann, natürlich kann man dann immer noch mit anderen Dingen in Kontakt kommen, und es kann wieder neue Entwicklungen anstoßen, aber Bildungsprozesse, die einmal stattgefunden haben, oder Formungsprozesse, die Form ist dann in einem da, oder wie die Psychologie vielleicht heute sagen würde, internalisiert. So, kurz gesagt, weil jeder Mensch mit irgendwelchen Dingen viel Kontakt hatte, nur halt mit unterschiedlichen, sind alle Menschen gebildet, nur in unterschiedlicher Weise. Interessant ist an dieser Bildungsbegriff eigentlich immer etwas anderes gewesen, nämlich, dass dieses Hochhalten von Bildung im Standardsinne, nicht so wie ich hier rede im Anschluss an Hegel, im Standardsinne, also wie normalerweise über Bildung geredet wird, es immer von bestimmten Menschen sehr hoch gehalten wurde, und kurz gesagt, es wurde immer von der Aristokratie hoch gehalten. Soweit ich informiert bin, ist schon seit der griechischen Antike die Bildungsidee und der Bildungsgedanke ein durch und durch aristokratisches Oberschichtskonzept gewesen, das heißt auch ein Konzept, um sich von allen anderen Mitbürgern gezielt abzusetzen, und das hatte bei den alten Griechen sehr stark den Kontext, ist, dass nur die Oberschicht relativ frei war von Alltagsarbeit, ja, also von der Notwendigkeit, zum Beispiel auf die Jagd zu gehen, Fischen zu gehen, auf Raubzüge zu gehen, wobei das die Aristokraten sehr gern gemacht haben, soweit ich das mitgekriegt habe, oder eben ein Handwerk zu erlernen aus dem, und vor allem Landwirtschaft zu betreiben. Das mussten die Aristokraten nicht, aus verschiedenen Gründen, und deswegen hatten sie Zeit, sich zu bilden. Das ist der Hintergrund der Bildung, da wird dann immer auch viel geredet von, ich weiß nicht, wie es auf Altgriechisch heißt, aber von der Muße, ja, also in den alten Griechen gibt es zumindest der Aristokratenklasse eine große Arbeitsverachtung, ganz anders als heute, ja, wo Arbeit gehypt wird, sondern sozusagen frei war der Mensch, der nicht arbeiten musste, und Arbeit war für Sklaven und Miedere, und soweit ich das mitgekriegt habe, ähnlich wie vielleicht heute, vielleicht aber auch nicht, wurden Handwerker extrem verachtet, das war die unterste Schicht in der Bürgerschaft, ja, die Handwerker und an ähnliche. Also, also, was ich sagen will, unser heutiges Bildungsgelaber ist ein Aristokratenkonzept, und es ist immer, immer mit einem Wertunterschied verbunden. Über Bildung werden Wertunterschiede zwischen Menschen gemacht, ja, also der höher gebildete Mensch sei wertvoller als der niedriger gebildete Mensch, und ich bin ein Feind dieser Wertunterschiede zwischen Menschen. Und daher auch meine Rede davon, dass alle Menschen gebildet sind, nur auf unterschiedliche Weise, und ich weiß, das widerspricht zum Beispiel solchen Dingen, dass Leute sagen, ja, aber irgendwie, man soll auf eine bestimmte Weise reden können, und man muss mathematisch das oder jenes können, sonst irgendwie alles ganz schlimm, nee, muss man nicht. Ja, wir leben in einer differenzierten Gesellschaft, für bestimmte Tätigkeiten brauchst du das überhaupt nicht, und kommst trotzdem prima klar. Und es gibt reihenweise hochintelligente und super angepasste Leute, die zum Beispiel dauerhaft gebrochenes Englisch, gebrochenes Deutsch oder irgendwie gebrochene andere Sprache lernen, ganz einfach deswegen, weil wir bestimmte Sprachen fehlerfrei ab einem bestimmten Alter kaum noch erlernen können, bis auf so ein paar Leute, die mit einer Art Sprachgenie auf die Welt gekommen sind, aber das sind verschwindend wenige Menschen. Also, soweit ich das mitbekommen habe, in meinem Leben endet die Phase, in der die allermeisten von uns eine Sprache akzentfrei und fehlerfrei lernen können, im Alter von 10, 11, 12 Jahren danach wird es richtig, richtig schwer, eine Sprache so zu lernen, wie sie ein Native spricht. Ja, man kann es manchmal, wenn man ganz lange in dem Land lebt und ein Sprachtalent hat, können es manche, aber das sind wenige, und insofern ist es total normal, dass wenn man zum Beispiel migriert und in ein anderes Land geht, dass man halt dann einen Akzent hat und bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Feinheiten nie so richtig raus hat oder notorisch bestimmte Betonungsfehler, Grammatikfehler macht. Das ist normal und das sagt nichts über die Intelligenz oder die Fähigkeiten eines Menschen und es ist eben auch überhaupt nicht notwendig, zum Beispiel fehlerfrei zu sprechen, um verstanden zu werden oder um in einem bestimmten sozialen Kontext zu funktionieren. Das ist nicht notwendig, entgegen der Vorstellung von manchen sehr, sehr konservativen, sehr, sehr aristokratischen Bildungshubern. Ja, die Bildung wahnsinnig hoch halten, anders als ich das tue. Also wie man vielleicht hören kann, habe ich eine bisschen oder eine auch sehr ausgeprägte Bildungsverachtung, aber nur eben für den Standardbegriff von Bildung, wo man natürlich immer sagen kann, ja, du kannst das sagen, weil du bist ja privilegiert, weil eben, ne, humanistisches Gymnasium, Abiturstudium, Altgriechisch, Latein. Tralala, ja. Was übrigens alles nicht sagt, mir sind schon reihenweise Leute begegnet, die das auch alles haben und die ich für strunzdumm halte, zumindest was bestimmte Dinge angeht. Also ich finde nicht, dass zum Beispiel Leute, die ein Studium haben, automatisch intelligent sind oder auch nur klug oder weise oder fähig zu irgendwas. Dazu sind mir zu viele Leute mit irgendwelchen Abschlüssen begegnet, die ich bestimmte Tätigkeiten nicht machen lassen würde, mal ganz vorsichtig ausgedrückt oder in bestimmte Positionen niemals besetzen würde, weil das nicht ihr Ding ist. Diese Leute können natürlich schon Dinge, aber halt andere, weil eben jeder Mensch gebildet ist. Es geht dann halt immer am Ende einfach um Passant. Und Wertunterschiede zwischen uns auf dieser Basis von Bildung zu machen, ist ein absoluter Irrweg und ich würde eben sagen, es ist ein aristokratischer Irrweg. Aristokraten haben das immer versucht, sich abzusetzen über Bildung, weil sie halt Zeit hatten und auch in der heutigen Zeit können halt zum Beispiel bestimmte Leute mit bestimmten Elternhäusern, bestimmten Familien investieren eben in Bildung. Ja, dann kriegen die Leute komische Internate, Elite-Schulen oder eben auch humanistische Gymnasien, kriegen Privatlehrer gestellt und müssen in den Geigeunterricht, Klavierunterricht oder sonst was gehen. Keine Ahnung, was man heute macht. Das ändert sich auch ständig, mit was man sich absetzen kann. Wilder, weil das so Modensinn, weil das geht dann immer in die Breite. Ja, die Mittelschicht macht es danach, zumindest die gehobene Mittelschicht macht es danach, weil sie zur Oberschicht dazugehören will und dann macht die Oberschicht wieder was anderes, um sich neu abzusetzen. Das ist ein ewiges Spiel. Ja, das hört auch nie auf. Also Distinktion wird gesucht von der Oberschicht oder ist auch einfach da und sie wird halt vermittelt anderer Dinge immer wieder gelebt. Ja, gestern war es der Klavierunterricht und morgen ist es was anderes. Also das ist albern, das ganze Spiel ist albern und das ist vor allem deswegen albern, weil eben Wertunterschiede eingeführt werden zwischen Menschen und da kann man nur fragen, wozu. Ja, wir brauchen verschiedene Fähigkeiten für verschiedene soziale Rollen, wir brauchen verschiedene Fähigkeiten für verschiedene Berufe und bestimmte Dinge brauchst du überhaupt nicht. Es gibt reihenweise Firmen, die mal versucht haben, formell über laute Leute mit hohen Abschlüssen zu besetzen. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn ich nicht jetzt ganz falsch informiert bin, Google war mal bekannt früher, ich weiß nicht, wie sie es heute machen, dass sie nur Leute mit ganz hohen Abschlüssen eingestellt haben, nach der Wiese, das ist doch immer gut und haben dann die Erfahrung gemacht, dass diese Leute ganz dumme Dinge angestellt haben, weil sie zum Beispiel in den Jobs, wo sie dann besetzt waren, Fehlbesetzungen waren und weil es ihnen da gar nicht gut ging. Teilweise waren sie überfordert, teilweise waren sie unterfordert mit den Qualifikationen. Also es wurde nicht auf die Passung geschaut, sondern es wurde der Irrweg gegangen. Umso höher die Qualifikation, ja, eben im Sinne von höher, niedriger, was überhaupt keinen Sinn macht, ähm, äh, umso besser, ja. Oder ich sollte mal selber eingestellt werden von der Firma, wo der Chef gesagt hat, IQ-Test, alle Mitarbeiter, egal auf welche Position, müssen einen IQ-Test machen. Heute weiß ich, dass er eine Ideologie aufgesessen ist. Es gibt nämlich Studien, die sagen, dass bestimmte, äh, bestimmte Arbeitseigenschaften, also bestimmte Arten, wie Leute generell Arbeiten erledigen, durch einen IQ-Test prognostiziert werden können. Da geht es also gar nicht um IQ, sondern geht es um bestimmte, äh, andere Dinge, die damit verbunden sind, statistisch. Deswegen verstehe ich, warum dieser komische Firmenchef das machen wollte. äh, das war in meinem Fall der Moment, wo ich das Gespräch beendet hatte, zum, zum, zum großen Überraschung der beiden Personalerinnen. Wir hatten ein gutes Gespräch und im Moment, wo das auf den Tisch kam, dass der Firmenchef in einer relativ großen Mittelständler äh, äh, diktiert als Diktator, dass die Einstellungsprozesse so zu laufen hätten, dass jeder fucking Mitarbeiter, egal auf welcher Position, IQ-Teste machen habe, dann habe ich mit einem IQ von knapp 140 gemessen, ähm, gesagt, äh, ich beende hiermit das Gespräch, weil in einer solchen Firma, die so vorher fährt, möchte ich nicht arbeiten. Das war dann sehr lustig, ja. Die haben dann noch ein bisschen gekämpft um mich, aber es war dann schon vorbei. Sehr amüsant, was da so passiert. Also ich kann das rückblickend zu erzählen, in der Situation war das alles andere als lustig für mich, ja. Ich hätte sehr gern in einer guten Firma die Rolle ausgefüllt, aber ich habe dann realisiert, dass das keine gute Firma ist, weil eben diese komische Philosophie herrscht. So, was ich sagen will ist, es geht immer um Stimmigkeit, es geht immer um Passung, es geht immer darum, dass zusammenkommt, was zusammengehört und nicht zusammenkommt, was nicht zusammengehört und das Ganze über einen formalen, abstrakten Begriff von höherer, niedriger Bildung pegeln oder regeln zu wollen, ist so stupide, unintelligent und dumm in jeder Hinsicht, dass es eben nur ein Aristokratenträumchen sein kann, das aus einem ganz anderen Motiv heraus entsteht, nämlich aus dem Bedürfnis nach hierarchischer Distinktion, also sich hierarchisch über andere zu erheben, sich hierarchisch abzusetzen und dieser Geist beseelt unser ganzes fucking Bildungssystem, so wie es heute ist. Von Anfang an, leider heute, wird danach gestrebt, sich abzusetzen von den niedrigeren Schichten, also von der niedrigeren Bildung, anstatt zu realisieren, dass es gar keine ungebildeten Menschen gibt. Das heißt, auch alle Leute, die zum Beispiel gar keinen Schulabschluss haben, sind natürlich gebildet, ja. Auch alle Leute, die einen Mittelschul- oder Hauptschulabschluss haben oder einen Sonderschul- zur Sonderschulingangst, sind natürlich gebildet. Warum? Weil sie mit bestimmten Dingen sehr viel zu tun hatten und sich dann daran angepasst haben und das hat sie geformt. Und diese Formung ist Bildung. Und natürlich ist das eine Fehlanpassung dafür, wenn sie dann plötzlich bestimmte Dinge können sollen aus dem Stand. Aber, soweit ich gehört habe, ist der Mensch bis zu seinem Tod ein plastisches Wesen. Die berühmte Neuroplastizität hört bis zu dem Moment, wo dann der Hirntod formal festgestellt wird, nicht auf, ja. Also, um es mit Frank Farrelly zu sagen, solange der Körper noch halbwegs warm ist, gibt es Hoffnung, ja. Also, die Formbarkeit des Menschen hört niemals auf, auch im höchsten Alter nicht. Sie verändert sich halt von der Form. Natürlich sind Lernprozesse und Anpassungsprozesse ab einem bestimmten Alter oder generell in verschiedenen Lebensaltern unterschiedlich und das ist auch wieder nicht bei allen Menschen gleich. Da gibt es auch wieder Unterschiede, bei wem gestaltet es sich, wie Frühentwickler, Spätentwickler, langsame Lerner, schneller Lerner und dann in Teilbereichen auch noch unterschiedlich. Also, da muss man sehr genau hinschauen und Klischees von Menschen helfen da überhaupt nicht weiter. Man muss sich immer mit dem individuellen Menschen, mit diesem Menschen auseinandersetzen, der gerade vor einem sitzt, steht oder sonst was macht oder arbeitet und wie ist das denn bei dem? Also, Individualität, Rules, ja, beim Thema Bildung, beim Thema Formung, aber natürlich ist es möglich, dass Leute ganz neue Dinge lernen in allen möglichen Altersstufen, wenn halt die Rahmenbedingungen für sie geeignet sind und gut sind und da braucht wieder jeder andere und der große Fehler unserer Gesellschaft ist, dass wir diese Rahmenbedingungen nicht stellen und dann wundern wir uns, warum es nicht funktioniert und dann sagen wir, ja, der kann das nicht, der ist zu blöd dafür, der ist zu dumm dafür, der hat nicht den richtigen Abschluss, der hat nicht die Qualifikation, der hat nicht die Grundfähigkeiten, der ist nicht intelligent genug, das ist das, was wir dann sagen, aber das sagen wir deswegen, weil wir uns selber entlasten wollen, weil wir keinen Bock haben, die Bedingungen zu stellen, unter denen das sehr wohl möglich wäre, dass bestimmte Leute, wenn sie Bock drauf haben, bestimmte Dinge adaptieren. Entscheidend ist aber immer das Wollen, dass die Leute Bock drauf haben und entscheidend dafür ist, dass sie Bock drauf haben können, weil die Bedingungen so sind, dass das ihnen Freude bereitet, dass sie Erfolgserlebnisse haben und dass sie eben an den Bereich so herangeführt werden, dass es eine lustvolle Sache ist, diese Dinge sich anzueignen und sich anzupassen an diese Gegebenheiten, an die Dinge, an die Tätigkeiten, also sich kurz gesagt zu formen oder zu bilden. Bildung und Formung muss Spaß machen, subjektiv für den Menschen und das hat eben immer bei jedem Menschen andere Grundvoraussetzungen, diese Grundvoraussetzungen sind wir nicht bereit zu stellen und voila, wir schimpfen auf ungebildete Menschen, vermeintlich ungebildete Menschen, diese Menschen sind alles andere als ungebildete, sie sind hochgebildet, hinsichtlich tausende Dinge können auch aus dem Stand, tausend Dinge, die zum Beispiel jemand wie ich überhaupt nicht kann oder nur sehr schwer kann, aus dem Stand, ich habe das jetzt schon so oft erlebt, dass Leute, die formal einen vermeintlich geringeren Abschluss hatten, tausend Dinge besser konnten als ich, dass ich über diese Tatsache des Lebens gar nicht mehr drüber weggehen kann und deswegen kann ich mit dieser Hierarchisierung nichts mehr anfangen. Bildung ist kein geeignetes Mittel um mit zwischen Menschen Wertunterschiede einzuführen oder Hierarchien einzuführen. Genau das versucht aber unsere Gesellschaft, auch schon durch dieses absolut beknackte, dreigliedrige Schulsystem, Gymnasium, Realschule, Mittelschule. Ja, was Blöderes ist, das ist euch nicht eingefallen, oder? Ja, also, das ist scheiß Aristokratendenker und Aristokraten sind die uninformiertesten, wenn es um die menschliche Seele, um die menschliche Psyche und ihre Formbarkeit geht. Das sind die, die in dieser Hinsicht immer die dümmsten sind. Die haben aber diese Systeme erfunden, unsere Aristokraten, ja. Das war kein demokratischer, menschenfreundlicher Geist, der hinter dem Bildungssystem steckt und deswegen ist Schule auch so scheiße. Deswegen sind die meisten Universitäten auch so unglaublich kacke. Ja, deswegen ist auch das ganze Ausbildungssystem so völliger Quark, das wir haben, weil das alles keine menschengerechten Systeme geht, die sind also alle psychologisch unterinformiert, entwicklungspsychologisch, lärmpsychologisch, und zwar systemisch, nicht die einzelnen Menschen darin, sondern das System, wie es funktioniert, hat nichts damit zu tun, wie viele Menschen in der Realität funktionieren, wie die Neuroplastizität funktioniert, wie lustvolle, erfolgreiche Bildungsprozesse funktionieren und es ist auch durchgedrungen von hierarchischem Geist und Hierarchie ist menschenfeindlich, ja, wie man wissen könnte, wenn man wissen wollte. Ja, also, ich kann nur sagen, wo die Aristokratie den Bildungsbegriff bestimmt, wächst menschlich gesehen kein Gras mehr und sind die Menschen sehr viel lernunwilliger und lernunfähiger als sie sein könnten. Da wird aus der menschlichen Neuroplastizität sehr wenig gemacht. Wirklich demokratische Gesellschaften wären in dieser Hinsicht ganz anders, aber die existieren derzeit nirgendwo. Das ist also alles leeres Gerede von mir, weil es sozusagen nicht gefüllt ist durch gesellschaftliche Praxis oder gesellschaftliche Realität. Ich kann es also nur vorstellen als eine leere Vorstellung und die Füllung müsste immer in der Realität erfolgen und dann erweist sich eben, ob das, was ich hier erzähle, völliger Nonsens ist, also leere Träume eines Spinneres oder ob doch was dran ist. Das müsste sich immer in der Realität zeigen und dazu müsste man es halt mal ausprobieren. Wie hierarchiefreie Bildungssysteme, in denen Bildung kein Distinktionsbegriff ist, kein Distinktionsmechanismus ist, wie die denn so ablaufen würden. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, das Sudbury Valley School System ist relativ nah dran an dem, was mir vorschwebt. An einem System, in dem Menschen sich tatsächlich aus eigenen freien Stücken bilden und wunderbar ist, wenn man ihnen die Bedingungen stellt, tun sie es alle. Jeder Mensch möchte lernen. Jeder Mensch möchte Fähigkeiten entwickeln, weil das nämlich eine sehr lustvolle Sache ist, wenn man es nicht kaputt macht. Wenn man geeignete Rahmenbedingungen stellt in dem es ständig um Status geht, den Erwerb von einem möglichst hohen Status, um dann möglichst für gute Berufsoptionen zu haben und ein möglichst gutes Leben zu haben, ja, so kommt die Dummheit in die Welt, die menschliche Dummheit auf genau diesen Weg, in dem wir Bildungssysteme, in dem wir Gesellschaft so bauen, dass es in ihnen um Statuserwerb geht, ja, so, wenn man, also wenn eine dumme Gesellschaft, wenn man dumme Menschen will, macht man es so, wie wir es machen, würde ich sagen. Und das Gegengift ist zu sagen, jeder Mensch ist gebildet, egal wie. Es gibt natürlich Tätigkeiten, die sind sehr unangenehm, aber auch die könnten wir darüber nachdenken, wie wir die angenehmer machen könnten. Das ist immer auch eine reine Frage des Willens. Es gibt sehr viele, sehr, sehr fordernde Tätigkeiten, sowohl psychisch als auch physisch, die also die Hölle sind, wo man sehr, sehr schnell seinen Körper oder psychisch kaputt macht, wenn man sie dauerhaft ausübt, aber da gibt es ja Workarounds. Wenn der Wille dazu da ist, die Menschen nicht kaputt zu machen in diesen Berufen, dann kann man Technik entwickeln, dass die Leute nicht kaputt gehen, dann kann man Verteilungssysteme entwickeln, also sozusagen, wie verteilen wir die Arbeit, wie viele Stunden arbeitet man am Stück und solche Dinge, wann wird man entlastet durch einen Kollegen, wie arbeitet man, wie überarbeitet man generell zusammen in dem Bereich, sodass die Leute halt die Tätigkeit dauerhaft machen können, weil sie ihnen Freude macht und dabei nicht kaputt gehen, dabei nicht drauf gehen. Das ist natürlich in jedem Beruf möglich, wenn der Wille dazu da ist. Es hat halt einen Preis, es kostet halt. Und den Preis sind wir nicht bereit zu zahlen, stattdessen machen wir halt systematisch lieber Menschen kaputt. Also wir machen die ganze Zeit Raubbau an uns selber. Das ganze System ist ein einziges raubbeuterisches System in dem Sinne, dass es an die menschliche Substanz geht, dass es die menschliche Substanz erbeutet, das heißt, das, was Menschen freiwillig bringen, ohne dass es ihnen selber gut täte auf die Dauer, womit sie sich halt dauerhaft selbst schädigen. Und das müsste nicht sein, das ginge auch anders, aber halt nicht in hierarchisch von aristokratischem Geist beseelten Systemen, da ist das nicht möglich. Aristokratie macht immer die Menschen kaputt, dieser aristokratische Geist, der Wertunterschiede einführt, ganz automatisch und unvermeidlich. Da gibt es tausend ungelöste Folgen, die in einem aristokratischen Mindset nicht gelöst werden können. Und wie gesagt, dieses aristokratische Mindset durchdringt alles, was heute Bildung heißt. Also wenn ihr heute Leute von Bildung reden hört und nicht dann gleich den Satz mit angefügt bekommt, jeder Mensch ist gebildet, schon per se, dann habt ihr immer Leute vor euch, die nicht wissen, meistens sind sie guten Willens, dass sie Menschen kaputt machen. Sie wollen das nicht, aber sie tun es trotzdem. Also gegen ihren Willen, gegen ihre Absichten tun sie Dinge, weil sie nicht wissen, wie es geht. Sie haben das Know-how nicht und zwar das menschliche Know-how nicht, weil sie nicht wissen, wie man Menschen behandelt. Sie glauben es zu wissen, aber sie wissen es nicht. Also so meine Einschätzung. In meiner vollkommenen aristokratischen Arroganz, auf der ich hier sitze. Ich glaube, es besser zu wissen, in meinen eigenen grenzenlosen Atomern, es geht besser. Und es geht halt besser in einem Rahmen, von dem wir davon ausgehen, dass jeder Mensch immer schon gebildet ist und dass jeder Mensch sich immer schon angepasst hat an bestimmte Dinge und wo wir genau damit weiterarbeiten und dann eben fokussieren auf lustvolle Lernerfahrungen, auf lustvolle Bildungserfahrungen entlang des Wollens des Menschen und nicht entlang abstrakter Ziele, die andere formuliert haben. Also nicht entlang von Bildungsplänen, Erziehungsplänen, Lehrplänen. Also wann immer ihr im Erziehungs-Bildungsbereich das Wort Plan hört, bitte lauft davon. Und Leute, die das also unreflektiert auch noch mit großer Begeisterung machen, sind Menschen, die Menschen kaputt machen, automatisch. Oft gegen ihren Willen, wie gesagt, ich werfe ihnen nichts vor, sie wissen es halt nicht besser, aber das Wort Plan und das Wort Entwicklung widersprechen sich strukturell. Wo geplant wird, gibt es keine Entwicklung, zumindest keine gute und wo es Entwicklung gibt, ist man immer prozessorientiert, das heißt, man operiert ohne Plan, man operiert ganz bewusst ergebnisoffen, weil wenn man ergebnisoffen prozessiert, kriegt man die besten Ergebnisse, paradoxerweise. Also da gibt es den schönen Satz, nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist im Weg und Pläne setzen Ziele und diese Ziele, die durch Pläne gesetzt werden, sind dann im Weg und dann kriegst du halt dumme Leute, die also am Ende nicht gar nicht mehr wissen, was sie selber wollen und warum Lernen Spaß machen kann und die sich gar nicht mehr entwickeln wollen, weil sie von dem ganzen Bildungssystem so frustriert sind, dass sie nur noch davonlaufen, wenn sie das Wort Bildung hören und zwar zu Recht und ich bin auch einer davon, also ich habe keinen Bock mehr auf Bildung. Ich bin gebildet bis zum Abwinken. Wenn ihr mich weiterbilden wollt, dann macht mal interessante Angebote. Ich finde immer noch, die interessanteste Bildung ist Learning on the Job. Man springt wo rein und dann versucht man zu schwimmen und dann lernt man halt durch die Fehler, die man macht, durch Trial and Error. Immer noch das beste System. Nett halt, wenn man Menschen um sich herum hat, die man dann um Rat fragen kann in seiner vollkommenen Verzweiflung, also wenn man halt tausend Fehler gemacht hat und wenn es einem schlecht geht und so weiter und hat Leute, die einen halten. Das ist aber auch ein ganz anderes Spiel. Da geht es dann um Beziehung, da geht es halt um Wohlwollen, da geht es um Empathie, da geht es um empathische Menschen, die man um sich herum hat und die einem halt das ermöglichen, diese Fehler zu machen und nicht immer gleich mit dem Deckel draufhauen, weil man halt gerade eine Lernerfahrung gemacht hat. Ja, so, sondern die einen dann halt halten und trösten und wieder aufbauen und dann geht es halt weiter und idealerweise machen wir das wechselseitig. Also halten wir uns wechselseitig, haben wechselseitig von einer Empathie und so kriegst du eine lernende Gesellschaft, aber nicht so, wie wir es halt bisher machen. Das ist ja der ganze Pisa-Wahnsinn, wer sich den ausgedacht hat. Ich kann euch sagen, Leute, die sich Pisa ausgedacht haben, sind keine Leute, die Ahnung haben von Menschen. Ja, und es geht aber um Menschen. Also, menschlich gesehen sind Leute, die Pisa machen, die dümmsten angeht, nur in dem Bereich. Das mögen sehr kluge Menschen für andere Dinge sein, aber von Menschen haben die keine Ahnung. Das ist ein Menschendumm. Ja, aber wenn du klug bist, wenn du Ahnung hast von Menschen, machst du nicht Pisa. Machst nicht diese Vergleiche und diese Messungen. Ja, damit machst du Menschen kaputt, und damit machst du Bildung zu einem hoch unlustigen System. Oder wer sich in den Universitäten dieses System ausgedacht hat, jetzt habe ich schon vergessen, wie es heißt, habe es verdrängt. Es kam am Ende meines Studiums, wurde das eingeführt. Ah, Bologna-Reform. Liebe Leute, die Leute, die sich die Bologna-Reform ausgedacht haben, auch das Dümmste, was man machen kann. Vorher war es gut oder relativ besser. Nach Bologna. Hey, Wahnsinn. Wir haben unsere Universitäten kaputt gemacht. Richtig kaputt gemacht. Aber gut, es mag auch gute Dinge geben an Bologna, aber der Kern ist schlecht, kann ich ganz eindeutig sagen. So, das sind meine ganz privaten Gedanken, die ich hier teile, meine persönlichen Werturteile, so wie ich mir die Dinge zusammenreibe. Ihr könnt gerne das anders einschätzen und anders denken. Liebe Grüße an alle, die anders denken. Fair enough. Macht euer Ding. Ich mache mein Ding. Und ich kann nur sagen, so denke ich, nicht anders. Und ich denke, jeder Mensch ist gebildert, weil jeder Mensch ist geformt, weil Formen tun wir Menschen uns unweigerlich in Kontakt mit den Dingen oder wie wir manchmal etwas so knackiger und geerdeter sagen aus Erfahrung. Was uns formt, ist unsere Erfahrung und jeder Mensch macht Erfahrungen und deswegen ist jeder Mensch gebildet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ceterum Censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss. Und ich denke, Vielen Dank.